hallo zusammen hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video von family fernweh heute sind wir in oberhausen wir gehen jetzt gleich ins legoland discovery center und dann nehmen wir euch wieder mit viel spaß beim video hier ist das legoland und da sehen wir direkt den riesen giraffen wahnsinn legoland haupteingang die kennen wir ja irgendwo her hallo zusammen hallo hallo bella hallo max was für ein zufall dass uns hier treffen was haben wir denn hier an die giraffe voll aus lego steinen toll jetzt geht's rein hier wird noch ein schönes foto gemacht mit opa ist der lego opa sie ist wie ist das ist das der opa wollte mal alle zusammen neben opa sitzen ja der max muss da genau so und dann machen wir mal ein schönes foto dann guckt doch mal alles so behind the scene so wollen wir reingehen ja genau jeweils rein die lego kasse und dann kommt ihr habt aber 6 minute zeit zu gehen ok super so jetzt eine frau 1 2 3 4 bütteschön danke Jetzt kommt noch den Plan, den Stempel haben. Und dann wird sie auch wieder in den Schrappchen kommen. Und noch schönes Pink. Wow! Oh je. Pink Lander. Hier. Dann freut sich die Kati. Ja. Meine Farbe. Deine Farbe. Sehr schön. Und Maxi? Freust du dich? Ja. Dann wünsche ich euch einen schönen Tag. Auch so, ne? Dankeschön. Tschüss. Tschüss. So, hier haben wir noch den Super Mario. Das ist der Klempner. Dann haben wir hier noch den Maler. Und die Kids. Die sind schon auf dem Weg in das Legoland rein. Die ist so eine Fabrik. Okay, lass uns mal überraschen, was noch auf uns zukommt. So, ich hab jetzt auch hier so ein rosa Bändchen an. Und ich darf hier bis 18 Uhr bleiben. So, es gibt hier zwei. Also wir haben uns ja jetzt für die geheime Mission entschieden. Ja. Dann müssen wir mal gucken, was wir hier mit diesem machen. Ach, hier kann man irgendwas scannen. Mhm. Kann man das bei eins? Ja, ja, das ist eins. Ach, da sind so kleine Rätsel. Ach so, okay. So, das müssen die Kinder einmal auf den Hals nehmen. Ja. Hier gibt's so eine Stempelkarte. Und wenn man alte Stempeln hat, dann kann man hier an einer Verlosung mitmachen. Dann kann man eine Jahreskarte gewinnen. Jetzt gucken wir mal. Das ist ein Motorrad. Jawohl. Ja. Und du fährst schon einen Ferrari-Formel-1-Wagen? Brumm, brumm. Die zwei fahren Ferrari. Oh, Ferrari? Und los geht's. So, jetzt geht's weiter. Das war's für eine Fabrik. Und jetzt geht's in den anderen Raum. So. Kommt rein, gerne auf die Spanchen durch. Gehen damit doch alle reinpassen. Aber bitte noch auf keine Knöpfe drauf drücken. Ich weiß nicht, ob ich das bin. Hier wird noch gearbeitet. So, den Stein haben wir jetzt gerade hier hergestellt. Ja, so, jetzt habe ich ihn im Fokus. Ja, sieht doch nice aus. So werden die Lego-Steine hergestellt. Hier haben wir erstmal das Granulat. Dann kommen die in diese Mische rein. Und hier wird das dann auf 200 Grad erhitzt. Hier werden die geformt. Und dann sehen die so aus. Und hier bekommen sie ihre Farbe. Und den Druck. Und dann sind die Steine fertig. So, hier wird gestempelt. Genau. Die Karo stempelt. Die Karo stempelt. Wunderbar. Wo sind wir hier? Im königlichen Abenteuer. Okay. Hier gibt es die Klageschef. Das haben wir aber erst später. Das wird später wahrscheinlich Lehrer sein, ne? Ja, ich schau. Dann musst du hier stempeln, ja? Ja. Machst du mal? Genau. Und jetzt feste. Dann musst du hier oben drauf drücken. Hier drauf drücken. Genau. Super. Halt da neben's auch vorbei. So, wir wissen jetzt nicht, was uns erwartet. Schau mal. Ah, okay. Das erinnert ein wenig an das Miniaturmuseum, ne? Ja, genau. Ja. Ja. Ah ja. Lego. Hier ist der Sea-Live. Cool. Hier ist der Sea-Live. Cool. Hier haben wir den Flughafen. Vorne haben wir sogar den Rheinturm. Wahnsinn. Und hier sind wir im Mittellauf plötzlich. Hier ist die Kniebrücke oder Oberkasseler Brücke. Hier ist die Fächel. Der Zollverein. Das sieht hier auch super aus. Hier wird unter Tage gearbeitet. Hier sind noch so schöne Schiffe. Hier ist ein schön angelegter Hafen. Das ist nämlich die Küppersmühle. Und hier haben wir das Stadion. Ich denke mal von Dortmund. Das ist Signal Iduna Park Stadion. Und da geht das Luftlichter an. Und spielen sie schon? Ja. 0-0. 0-0. Gegen Bayern? Bayern gegen... Dortmund. Dortmund spielt auf jeden Fall, ne? Ja. Dortmund gegen Fortuna. Torf für Fortuna. Sehr gut. So. Im Legoland ist das herr geworden. Und hier. Meine Freunde haben wir noch den Gasometer. Sehr schön. Spielplatz, Basketballplatz. Alles was man zum Leben braucht. Hier ist das Sea Life nochmal. So. Lotti. Lotti. Hallo. Hallo Lotti. Hallo. Wir stehen vor dem Kölner Dom. Und da ist der Düsseldorfer Rheinturm nochmal in voller Größe. Komplett aus Wego. Herrlich. Oh. Und das Karussell, was sich dreht. So. Max. Hast du das gemacht? Super. Hast du das gesteuert, dass sich das dreht? Ja. Du bist ja ein richtiger Lego-Experte, Maxi. Ach, und die Lotti auch. Ganz toll macht ihr das. Super. Hallo Bella. Ist der ein Riese. Oh, und der Max ist auch da. Hey. Da fehlte noch eine, ne? Und die Lotti. Hallo ihr Lieben. Was macht ihr denn in Köln? Hä? Hier haben wir nochmal die Giraffe. Perfekt Pets gibt es hier. So, jetzt gehen wir hier in Merlins Abenteuer rein. Da kann man dann so treten wie beim Fahrrad und dann kann man immer hoch. Okay. Ja, die Charloche ist ganz knapp eingetroffen. Ja. Die ist so ungefähr bei 1,5 Meter. Ach, okay. Die hat 1 Meter so nach. 1 Meter, gut. Ja, viel Spaß, ne? Danke schön. Danke schön. Jetzt wird erstmal Platz genommen. Charlotte ist schonmal bereit. Und die Miri jetzt gleich auch. Und dann geht die absolut wilde Fahrt gleich los. Los geht's. Jetzt geht's erstmal nach oben. Und in die Pedalen treten hier. Und los, jawohl. Hier haben wir Batman. Star Wars. Und Albert Einstein. So, die Charlotte ist hier zusammen mit Harry Potter zu sehen. Auf einem schönen Foto. Ja, das ist gut. Was jetzt hier gemacht wird. Das ist Harry Potter, Lottie. Kennst du Harry Potter? Ich glaube, den kennst du noch gar nicht, ne? Ey, nicht die Brille von der Nase nehmen. Du, du, du. So, und die Caro lernt auch den Harry Potter kennen. Hat ein bisschen Angst. Aber die werden wir so gleich nehmen. Harry Potter ist doch ein netter Kerl. Und da wird ein Foto gemacht. Ganz professionell von der Fotografin Cathy. Und Lottie hat ein leckeres Slush-Eis. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Es geht alles daneben, ne? Und was hättest du gerne? Ein Eis. Bitte? Ein Eis. Ein Eis. Und du? Was willst du? Kakao-Sack. Okay. Okay. Toll. So, wir sind jetzt hier beim Modellbau-Workshop. Der nächste Workshop fängt um ca. 45 an. Kurz vor 40, also in 7 Minuten ungefähr. Dann tun wir was für uns basteln. Dann sieht man dann wahrscheinlich, was man basteln muss. Und die müssen das wahrscheinlich dann nachbauen mit Lego-Stein. So, jetzt wird erstmal nach Farben sortiert, Lotti. Mit den Grünen fangen wir an. Hier, Bella ist auch am Start. So, jetzt kommen erstmal die Grünen raus, Lotti. Die Bella schön, alles nach Farben sortiert und die Lotti auch. So, das haben wir bis jetzt gebaut. Das sind noch unsere reißlichen Steine. Lass uns überraschen, was das wird. Weißt du schon, was das wird, Charlotte? Ich glaube, das wird ein Frosch. Ein Frosch. Ich hoffe, ich finde mir gut, dass es ein Frosch wird. So, da haben wir einen Frosch-Pönig. Und dann sind wir auch schon fertig. Und hier gibt's noch ein königliches Gras. Okay. Oh, wo sind die andere Gruenne? Ich hatte ein Fraschsteinchen gehabt. Boah. Und Lotti? Sehr fertig? See dir gut aus! Halt mal hoch, Lotti! Zeig mal! Super! Ich seh oder echt gut aus! Und sehen, die sehen richtig gut aus, nicht? Nöööööö. Das sieht wirklich gut aus! So, den Frosch müssen wir wieder abbauen. Ich hab gedacht, wir kriegen den geschenkt. Jetzt kannst du den für 3 Euro kaufen. So, hier befindet sich das Ninja-Trainingscamp. Dennings Camp, hier ist der Eingang und da muss man durch so eine Laserfalle hindurch, naja, wie man hier sieht. So, und hier hat man nochmal so einen Affenausliegen, eine Riesenschlange. Sieht echt gut aus. So, die Bella versucht ihr Glück. Und Lotti, jawohl, Lotti, komm weiter, komm, 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 komm. Jawohl, super, weiter, 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 weiter. Stopp, und hier musst du springen. Weiter hoch. Okay, geh weiter durch, egal, weiter durch. Ganz, Kopf runter, Kopf runter, ganz runter, weiter, weiter, weiter durch, jawohl. Super, jawohl, super Lotti. Ja, super. So, jetzt sind wir in der Lego Friends Welt. Okay, hier ist ein Kopf einziehen. Hier sind wir auch schon, hier kann man jede Menge basteln. Marcel ist auch schon Alpsricht dabei. Auch schön, da ist auch der Rest der Bande. Und macht Spaß? Ja? Super. Toll. Lotti baut hier ein schönes Toyslein. Das macht sie ganz, ganz toll. Unser Ninja, ne? Max ist auch ganz konzentriert am Basteln. Oh, wir sind hier im 4D-Kino. So, wir haben diese Brüller an, damit wir gleich den Film in 4D gucken können. So, jetzt sind wir in Lego City. Und da haben wir die Bella, den Max. Hier haben wir so einen Arbeiter. Da haben wir so einen Schwenk. Hier ist das Ganze. So, kannst du auch ein Foto von der Lotti machen? Bella, komm mal von mir dahin. Hallo Lotti. So. Ja, dann geh doch mal da rein. So. Und wieder dahin zu ziehen. Jawohl. Jawohl. Das sieht doch gut aus. So. Oh, hier haben wir eine Mini Mall. Mit den Lego City, der Max hier. Hier sind Häuser. Hier kann man Sachen bauen, Lotti. Hier ist die Pirateninsel. Und das Piratenschiff. So, die Lotti klettert jetzt die Burg entlang. Sie ist ja schon ein alter Hase, was das betrifft. So, hier wird jetzt das Schiff geändert. Müsst ihr versuchen, hier mit der Kanone. Und die rote Teile treffen lassen. Martin. 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 Man bemerkt, sie hat heute einen schönen Zopf, die Caro. Das sieht auch mal klasse aus. So, hier haben wir die deutsche Basketball-Legende, jetzt schon, Dirk Nowitzki, in Form von Lego. Sehr gut gemacht. So, was haben wir hier leckeres? Chicken Nuggets mit süsterer Soße und Pommes. Ich habe hier ein leckeres Zigeunerschnitzel. Und du hast einen leckeren Caesar-Salat. Super. Oh, würde ich sagen. Guten Appetit. Die anderen essen auch. Du hast auch einen... Oh, die Bella hat einen leckeren Caesar-Salat. Mh, lecker, lecker, lecker. Sagen wir auch einen hinterstelligen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Wir hoffen, ihr habt wieder Spaß beim Video. Gerne ein Abo dalassen, Daumen nach oben, Glocke aktivieren. Und bis dann. Tschüss. 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 Achso.